Der Archivbegriff ist zu einer universalen Metapher geworden, das Internet als Archiv und Archiv für alle Formen des Gedächtnisses der Sammlung. Das ist inflationär geworden. Das wäre an sich nicht weiter problematisch, wenn nicht quasi die Machtverhältnisse dadurch vertuscht werden. Das Archiv ist ein unerbittliches Selektionsmedium für Dinge, die gespeichert werden oder nicht gespeichert werden. Im Unterschied zu Museen und anderen Sammlungen, in denen das Wissen immer wieder neu verhandelt, diskursiv ausgetauscht, selektiert werden kann, nach Kriterien, die offener sind. Das Archiv hat sozusagen geschlossene Kriterien und ist insofern eben, da trifft sich dann doch der klassische staatliche Archivbegriff mit dem von Foucault, wenn man jetzt auch Medien als Archiv bezeichnen würde, als das Gesetz dessen, was gesagt, gespeichert, übertragen werden kann. So ähnlich wie in der technischen Verfasstheit eines Mediums bestimmte Optionen radikal ein- und andere radikal ausgeschlossen sind, so ist das Archiv auch im klassischen Sinne ein Ort, an dem bestimmte Dinge eingeschlossen sind und andere ausgeschlossen sind. Diese Unerbittlichkeit, die im juristischen Bereich auf Seiten der klassischen Archive liegt, die im technischen Bereich die Programmierbarkeit oder Technik von Medien meint, die gilt nicht für offenere, unverbindliche Orte wie etwa Bibliothek und Museum und Gesprächsformen und Sammlungen und Städte, und die also in einer viel diffuseren Art und Weise, auch in einer unkontrollierteren Weise wachsen und speichern.